So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ihr seht schon im Titel, also es ist ein bisschen ein persönlicheres Video, weil ich mich ein bisschen in der Zwangslage finde oder ich fühle mich so, als müsste ich mich erklären und das würde ich in diesem Video gerne tun. In diesem Video möchte ich euch erklären, warum aktuell so wenig Videos von mir kommen. Vor allem die beliebten Videos, so Blacky Talk, Blacky Erklärt, Blacky Zeigt, fallen aktuell ein bisschen hinten runter. Ich mache viele Short-Videos, wo ich mal auf Reisen bin, wo ich mal euch irgendwas zeige, wo ich ein paar Booster öffne. Es kommen immer noch die beiden Booster-Openings, es kommen immer noch das Gameplay sonntags, montags Deck-Tick-Opening im Wechsel. Die Baseline, die kommt immer noch. Aber der wirklich coole Content, also der Content ist auch cool, ich finde jedes Video, was ich mache, großartig. Aber ich weiß, dass ihr viele von euch wirklich für die Blacky Talks da sind, für die Blacky Zeigt, für die Blacky Erklärt, wo ich euch Regeln erkläre, Sachen erkläre rund um Magic, euch Sachen zeige wie zum Beispiel Deckboxen, Sleeves und ähnliches oder eben die Blacky Talks, wo ich mit euch einfach eine halbe bis Stunde über irgendein random Thema rede und die kommen aktuell sehr wenig und zwar alles davon. Das ist seit Januar so und ich merke das auch selber. Ich merke das an den Views, ich merke das an den Leuten, den Kommentaren und so weiter und so fort. Es wird weniger und die Leute schauen halt, ich habe halt ein paar Leute, die die Openings schauen, ich habe ein paar Leute, die die Legacy-Sachen schauen und naja, der Zwischenraum, der fehlt einfach. Und das merke ich immer wieder. Und wie gesagt, es tut mir sehr, sehr leid. Es ist aktuell leider wirklich, wirklich schwierig. Ich habe mich im Januar von einer achtjährigen Beziehung getrennt. Ich habe einen Job angenommen, beziehungsweise ein Job wurde härter und schwieriger, weil ich in höhere Positionen gerückt bin, wo ich viel mehr Leistung bringen muss und auch viel mehr Verantwortung übernehme und Arbeit übernehme. Und dann kommt eben dazu, dass eben, wie gesagt, ich mich getrennt habe und dann noch psychischer, emotionaler Druck auf mir selber immer noch lastet. Und wir kommen aus einem Crazy-Jahr. 2022 war crazy für mich. Tausend Abonnenten auf YouTube. 2023 geht genauso crazy weiter. Ich bin mittlerweile YouTube-Partner. Das heißt, wenn ihr das hier seht und Werbung habt, danke, dass ihr die Werbung schaut, dann, ich kriege da was für. Es kommen demnächst Kanalmitgliedschaften, es kommt Patron und so weiter und so fort. Es kommt alles. Es ist ein super krasses Jahr eigentlich. Und es passiert so viel. Und letztes Jahr war ich im Command-Fest. Ich war sonst wohin eingeladen. Ich war bei Ultimate Guard und so weiter und so fort. Mega cool. Dieses Jahr ist auch noch. Also ich kann nicht auch mal spoilern. Ich werde nach Barcelona fliegen, auf die MagicCon und so weiter und so fort. Es wird andere Leute besuchen noch gehen. Ich war ja vor ein paar Wochen noch in Berlin bei Robin. Da haben wir noch ein paar coole Sachen gemacht und so weiter und so fort. Einfach nur, sowas kommt halt trotzdem noch. Die Blacky Talks schaffe ich aktuell nicht. Wenn ihr wüsstet, wie viel Zeit in diese Blacky Talks reinfließen. Es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt einfach wie jetzt gerade hier vor die Kamera setzen irgendwas rede. Und ihr merkt schon durch das Ungeskriptete, ich bin links und rechts im Abweichen. Rede davon, was letztes Jahr war, was dieses Jahr war, obwohl ich euch eigentlich nur erzählen wollte, warum keine Blacky Talks kommen. Und das will ich halt nicht. Ich will euch schon dann auch den qualitativ hochwertigen Content liefern, den ihr verdient. Ich kann es nur wieder sagen, ich verspreche, dass ich an Blacky Talks arbeite. Ich habe auch immer mal wieder so einen aufgenommen gehabt. Der war dann aber so mies, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht veröffentlichen. Und auch bei vielen anderen Sachen. Ich habe noch super viele Deckboxen hier rumliegen, wo ich zumindest Short-Videos zu machen müsste, um die euch mal zu zeigen, weil es halt kein zusammenhängendes Video leider ist, weil aktuell keine der großen Companies irgendwie A, Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten und B, keiner irgendwie was großartiges Irgendwas Tiefes rausbringt, wo ich sage, das versuche ich jetzt irgendwie an Land zu ziehen für euch. Ich kann euch halt die x-tausendsten Sleeves und die x-tausendsten Deckboxen zeigen, die alle von der Qualität her minder den Top 3 sind. Aber gut, das kann ich in Short-Videos machen, wenn ich es irgendwann mal hinbekomme. Wie gesagt, aktuell ist es wirklich schwierig, zeitlich und auch ressourcenseitig von mir. Einfach, wie ich das hinbekommen soll, ich habe keine Ahnung. Ich werde es hinbekommen, ihr werdet zumindest den Base-Content durchgehend haben, wie ihr das jetzt auch das komplette Jahr ja schon hattet. Und es sind immer wieder so ein paar Videos, die auch immer wieder spiken. Vielen Dank dafür. Ein paar Mal hitte ich dann doch noch Leute, die nicht nur den Base-Content gucken, sondern auch noch die anderen Sachen reingucken. Finde ich großartig, vielen Dank dafür. Und ich kann euch versprechen, es kommen noch andere Zeiten. Es wird Zeiten kommen, wo ich wieder Blacky Talks aufnehme. Es wird Zeiten kommen, wo ich auch Deck-Tags auf... Wo ich auch euch Deckboxen zeige, Sleeves zeige, Matten zeige und so weiter und so fort wieder. Vielleicht findet irgendeine große Company gefallen dran, mir nochmal was zu schicken, dass ich nochmal drüber gucken kann. Hätte ich Bock drauf. Aber aktuell ist es zeittechnisch und ressourcentechnisch so eng gestrickt. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Und ich bin am überlegen, wie ich das mache, gerade vielleicht durch Patreon-Kanal-Mitgliedschaft, dass ich da irgendwo, je nachdem, was es wird... Ich meine, man verdient ja nicht die Welt damit, ja? Also, man wird damit nicht reich und man kann damit nicht seine Arbeit liegen lassen. Ich zumindest noch nicht. Aber zumindest da, dass ich da irgendwie einen Ansporn finde, da ein bisschen nochmal qualitativ hochwertigen Content nochmal zu liefern. Ich meine, ich habe mich auch sonst stark verbessert. Manche Leute bemängeln immer wieder, dass bei den Boostern immer wieder welche bei sind, die richtig mies sind vom Content, wo ich sage, ja, die sind halt auch teilweise alt. Ich finde halt immer mal wieder Booster auf der Playlist, auf der Platte, auf der Playlist, auf der Platte, wo ich mir denke, oh ne, Booster hast du vor 2020 aufgenommen. Dann kannst du es mal noch hochladen. Und das mache ich, weil ich euch das nicht vorenthalten möchte, auch wenn die Qualität halt da nicht so hoch ist, wie zum Beispiel bei den Booster-Openings, die ich aktuell mache. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte. Ich habe so viele Leute, die unter den Videos kommentieren. Ich habe so viele Leute, die trotzdem dabei sind, trotz, dass ich aktuell eben nur Base-Content liefere. Und denen wollte ich mal Danke sagen. Ich habe so viele Leute, die mich in letzter Zeit angeschrieben haben, gesagt haben, hey Blackie, möchtest du das nicht öffnen? Hier, ich habe was für dich. Ich wollte dir gerne was zuschicken. Ich möchte dir keine Aufmerksamkeit geben. Oder auch einfach bei Cardmarken schreiben, hey, kannst du eine Unterschrift druntersetzen? Und so weiter und so fort. Das alles ist für mich immens viel wert. Wenn ihr die Videos schaut, wenn ihr die Videos bewertet, auch negativ oder positiv, wenn ihr Kommentare schreibt, mit mir interagiert, über irgendwelche anderen Kanäle, die Facebook, Instagram, Twitter, wenn ihr irgendwo da auch Follower seid und halt auch miterlebt, was meine Reise aktuell bringt, das finde ich großartig. Und das macht mich sehr, sehr dankbar. Und auch vieles andere, was ich auf dem Channel mache, ist für mich Wahnsinn. Ich bin absolut begeistert davon, was Leute teilweise mir dann zuschicken, was ich öffnen darf, was ich anschauen darf, was ich überprüfen darf, was ich für die Leute checken darf, wie zum Beispiel auch so diese Academic-Boxen vom Prof, die ich mir hätte nie leisten können. Oder auch viele andere Openings, die jetzt demnächst kommen von Leuten, wo ich nicht sagen darf, wer sie sind. Und ja, es ist so krass, was abgeht mit YouTube, mit Instagram, mit Twitter, allem drum dran. Es ist so, so krass, wie das aktuell wieder steigt. Und das, obwohl ich nur den Base-Content mache. Und deswegen fühle ich mich aktuell so ein bisschen verpflichtet, auch mich, wie gesagt, zu entschuldigen und zu sagen, hey, es kommen noch Blacky Talks. Keine Sorge, ich kriege das dieses Jahr irgendwie noch gebacken, dass ich euch anständige Blacky Talks servieren kann. Und es kommen auch noch die anderen Sachen. Es kommen auch noch Reviews von Deckboxen, von Sleeves und sonstige Sachen. Es kommen Blacky-Erklärts. Ich will wieder Blacky-Erklärts mehr machen. So Sachen, wo ich halt Kleinigkeiten erkläre, kleine Regelungen erkläre. Also Regeln zum Beispiel oder Karteninteraktionen oder auch, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und ja, da muss ich halt mal schauen, dass ich das irgendwie hinkriege. Es ist leider alles gerade nicht so einfach. Deswegen nochmal vielen Dank für alle Leute, die das mit mir durchstehen. Wo ich nicht in Vergessenheit gerate. Auch wenn ich halt aktuell wirklich nur Base-Content mache und auch solche Videos wie jetzt ungeschnitten und nicht so wirklich bearbeitet hochlade und sage, hey, das ist mein Statement. Das ist meine Situation. Und ich hoffe, wenn ich wieder mehr Kraft habe und mehr als nur diese drei, vier Videos in der Woche mache, sondern auch wieder Content, wo ich sage, hey, das ist super schöner Content für alle Leute. Nicht nur für Logistie-Leute oder Leute, die ein Opening haben wollen, sondern wirklich für alle Magic-Spieler. Dann hoffe ich, dass noch Leute da sind, das schauen. Ich sehe es ja auch bei Radio Ravnica. Da werden wir auch weitermachen. Da bin ich ja auch mit aktiv mit Robin. Vielen Dank auch für alle Leute, die da zuhören und zuschauen. Auch da mega krass. Der Support, den wir da erfahren, ist absolut der Wahnsinn und wirklich überwältigend. Dementsprechend nochmal vielen Dank auch dafür. Und da wird es auch weitergehen. Da müsst ihr keine Sorgen haben. Und ja, ansonsten kann ich nicht so viel sagen, weil das schon alles war, was ich zu sagen habe. Es tut mir leid. Ich hoffe, euch gefällt der Base-Content. Es kommt bald wieder anderer Content. Ich hoffe es. Und ich hoffe, ihr steht das mit mir durch. Und nach diesem Video deabonnieren nicht alle, weil sie sagen, also wenn jetzt im nächsten Monat kein Blackie-Talk kommt, dann kann ich ja deabonnieren, weil mich interessiert der andere Stuff nicht. Da kann ich leider nichts gegen tun. Aber ich wünsche mir, dass es nicht so ist und dass da eben auch vielleicht ein bisschen mitgedacht wird und gesagt wird, okay, jeder hat mal eine Durststrecke. Und ich bin gerade in meiner. Und das ist nicht schön. Das tut mir auch sehr leid für euch. Ich hoffe trotzdem, ihr habt Spaß mit den Videos. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Videos gefallen, ihr trotzdem hier bleibt und weiter mit mir interagiert. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin. Euplexit. Ciao, ciao.